Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Grounded. Ich möchte ganz gerne mit euch heute ein paar Stängelfellen und zwar auf dieser Insel. Mal gucken, ob ich da jetzt welche habe heute. Ich habe auch schon meine Ameisenrüstung angezogen. Ja, sieht gut aus. Aber hier auf der Insel, wie gesagt, gibt es auch so ein paar Probleme, weil die ständig im Wasser landen. Das heißt, es gibt Verluste. Okay, also. Mal hier. Nicht ins Wasser. Ja, mal gucken. Moment mal. Also einer. Zwei. Nein. Wieder falsch eingesammelt. Da kommt schon. Drei. Vier. Fünf. Gut, fünf haben wir schon mal. Ich lege erst mal kurz hier hin. Wo ist denn jetzt der Sechste wieder hingeflogen? Ja, das ist immer so ein Problem. Ups, nein. Das ist immer so ein Problem hier. Wenn die Stängel... Da oben ist eine Laus. Hier oben hängt keiner, oder? Nee. Wo ist denn der Sechste jetzt hin? Ach, da. Gut, dann hatte ich doch noch mal Glück gehabt jetzt. Komm ich da an? Ja, sehr schön. Gut, hier haben wir schon mal sechs. So, dann noch einmal das hier. Ja, das ist jetzt so richtig im Wasser gelandet. Verdammt. Okay, den kriege ich. Den kriege ich. Jetzt haben wir schon mal vier. Das ist natürlich ein kleines Problem hier. Vier. Jetzt fehlen mir noch zwei. Einen habe ich noch im Wasser gesehen. Zwei sind im Wasser. Seht ihr, das meine ich. Ganz üble Nummer. Aber. Uch. Komme ich hier aufs Blatt drauf? Nee. Verdammt. Okay, wartet mal. Ich versuche es mal von hier. Ah, okay. Ich versuche es nicht von da. Moment. Okay, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Mit ganz, ganz viel Geduld. Versuche ich die mal. Bei Schieben kann man die auch nicht mehr so richtig, habe ich so das Gefühl. So. Komme ich da ran? Gut. So, jetzt habe ich herausgefunden. Ich versuche die mal hier zu werfen. Ah, der ist abgeprallt, oder? Das ist eigentlich nicht wahr. Na gut, wartet mal. So, jetzt dürfte ich hier rankommen. Oh, ich hänge schon wieder. Meine Güte. I'm hanging. Ah, super. Jetzt habe ich alle sechs. Sehr schön. Äh, ach da. So. Wo sind die Nächsten? Hier war er noch irgendwo. Irgendwie waren ja hier immer mehrere. Da, ne? Ach ne, das ist woanders. Das ist nicht auf dieser Insel. Der Vogel ist gelandet. Sehr schön. Ähm. Ja. Nee, weiter gibt es keine hier. Okay. Normalerweise war hier hinten, glaube ich, auch noch einer. Ja, gut. Ja, gut. Dann ist es so. So, die Reste hole ich später. Ja, hier habe ich auch schon ein bisschen weiter gebaut. In die beiden Richtungen. Irgendwann, im nächsten Nehmen, werde ich damit fertig. Bei meinem Spieltempo. So, ich werde jetzt auch gleich verbauen. So, ich denke, ich mache mal erstmal hier den Bohnen. So. Dann hole ich noch die restlichen. Dann haben wir wenigstens schon mal den Bohnen soweit fertig. Soweit, so gut. Wo laufe ich eigentlich schon wieder lang? Ich habe geträumt. Ich habe geträumt. Ich habe geträumt. Ah. Ja, hier wollte ich ja auch noch ein bisschen Beleuchtung machen. So wie hier vorne zum Beispiel. Ein Nahrrüstelkäfer. Habt keine Angst, meine Lieben. Habt keine Angst. Alles gut. Ah, guck mal. Da. Ist ein Löwenzahn. Sehr schön. Dann kann ich ihn ja auch noch gleich. kaputt machen. So, meine kleine Hubs. Du bist so fleißig. Und sie hat eigentlich wieder Durst. Die arme, kleine Maus. Komme ich da überhaupt schon ran? Oder ich mache es von unten vielleicht. Ja, super. So viel, viel brauche ich jetzt. Zwei, vier, sechs, ne? Sechs grobe Seile. Ja. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, hör doch auf. Ehrlich. Ah, jetzt habe ich alles genommen aus Versehen. Das wollte ich doch nicht. Das wollte ich doch nicht machen. Ja, ja, so läuft das. Ja, wenn Phantasien's hier mal. So. Tada. Fertig. Sehr gut. Gut. So. Ich höre schon wieder eine Stechmücke. Hier rum fliegen. Die ist bestimmt wieder da oben irgendwo. Bei... Bei dem Rahmen, der hier nicht mehr ist. Oder Krähe, besser gesagt. Sag mal, habe ich jetzt hier nicht irgendwie... Ach, da vorne. Da vorne ist dieser Löwenzahn. Hauptsache, ich werde jetzt nicht angegriffen. Mit meiner Ameisenrüstung bin ich nicht so gut geschützt. So. Alles klar. Ah, ich sammle immer die Dings ein. Die Fasern. Dann baue ich jetzt am besten mal hier. Und... Da. So. Dann hole ich nochmal zwei von meinem... Von meiner Reserve. Ja. Dann kann ich nämlich den Grasbrunnen auch machen. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, super. Genau. Ups. Okay. Perfekt. Aber ich trinke jetzt nochmal schnell was. Mhm. Ein bisschen trinken. Tja, ich bin hier total auf der Schatzseite, ey. Das ist irgendwie voll doof. Aber egal. Ist jetzt nicht mehr zu ändern. Ich hätte hier bauen sollen. Hier ist schön Sonne. Ach, hier liegen noch Grasplatten. Okay. Na? Ich wollte gerade sagen, gehst du endlich kaputt? Das Schloss im Schatten. Das Schattenschloss. Hm. So könnte man es nennen, oder? Na, ich weiß nicht. Auch kein so guter Name. Ich habe auch irgendwie am Wohnen, das kann ich ja gleich mal zeigen, irgendwie was vergessen zu bauen. Und jetzt kriege ich da natürlich diese Bausymbole nicht mehr weg. Es sei denn, ich reiße alles wieder auf. Aber dazu habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust. Mache ich vielleicht irgendwie mal zum Schluss, oder wenn ich mal ganz viel Angeweile haben sollte. Na? Okay, doch. Es gibt jetzt acht Stück hier vorne. Dann ist die andere Reihe schon dran. Das läuft doch gut. Ja, mit Stänge bauen ist hier auch irgendwie nicht so leicht, habe ich so das Gefühl. Aber Herausforderung? Hat was, oder? Also ich mag Herausforderungen eigentlich. Ja, denn bin ich richtig aktiv. Nein, Quatsch. Aber, also eher zum wahren Leben, ne? Beruflich gesehen zum Beispiel. Ja, hier diese Spielerei, das Private. Mein Privatleben, das ist echt momentan zu kurz gekommen. Sehr. Sehr schön. Diese Stechmücke da um, die macht einen echt kirre. Die kann ich auch bestimmt bald besuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt auch bauen kann, weil unten die Stängelwand noch nicht fertig ist. Mal gucken. Ich probiere es einfach. Dazu muss ich aber noch ein bisschen hier fällen. Oh. Ein Waterdrop. Ein Waterdrop. Ah. Voll. Der Ton war gerade gut, oder? Ich finde es richtig klasse, wenn die so auf Holz fällt. Das klingt dann auch richtig holzig. Das ist richtig gut gemacht mittlerweile. So, mal schauen. Oh ja, kann man bauen. Perfekt. Weil hier bei dieser ersten Linie ging es nämlich nicht, als es hier noch nicht fertig gebaut war. seltsamerweise. Wenn ich heute frei haben sollte, denn mein Dienst ist heute offen, noch, und ich keinen Anruf bekomme, werde ich mal ein bisschen fortproduzieren. Weil das ist momentan auch nicht wirklich möglich. Also drückt mir bitte die Daumen, ja, dass ich heute keinen Anruf bekomme. Na komm, acht Stängel kriegen wir noch hin, dann haben wir wenigstens einen kompletten Boden erstmal fertig gemacht. Acht Grasplatten. Acht Grasplatten. Habe ich gerade Stängel gesagt? Meine Güte. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Na, sind genau acht. Na, ist doch perfekt. Sehr schön. Da hin. Da hin. Da hin. Und da hin. Da hin. Guck mal. Eigentlich sieht das auch schon gar nicht so schlecht aus, oder? Ich meine, es gibt Schlimmeres. Ja, doch, ich finde es cool. Ja, doch, ich finde es cool. Ich finde es richtig cool. Die Türme werden auf jeden Fall noch höher, also die werden noch, ich glaube, eine oder zwei Etagen höher. Die werden ein bisschen, ich weiß gar nicht, gleich hoch oder ein bisschen niedriger. Ja, und dann kommt hier auch nochmal ein Turm hin, ein ganz großer, oder halt auf die Seite mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier komme überhaupt mit den ganzen Blättern. Das habe ich jetzt auch nicht so wirklich bedacht. Oh no. Ich glaube, da muss ich das hier machen auf die Seite. Also, genau, kommt hier ein ganz großer Turm hin und dann komme ich ja vielleicht auch hier auf diese Tränke. Das war ja echt, das wäre ja phänomenal. Ähm, aber natürlich alles nicht mehr in der heutigen Folge, denn die ist für heute vorbei. Ich danke euch fürs Zusehen, meine Lieben, für eure Likes und für eure Kommentare. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.